Moin moin, willkommen zurück bei den XCOM Files. Wir stecken mitten in einer Mission hier, gegen den schwarzen Lotus. Ziemlich prekär, aber wir hatten uns einigermaßen noch wacker für den Moment. Gut. Dann haben wir unseren Shotgun-Typie. Ich weiß nicht, ob ich den irgendwie versuchen möchte zu heilen. Momentan sind es einfach noch viel zu viele Gegner. Wir müssen es wohl wagen. Scheiße! Okay. Dann haben wir die Ola hier. Gut. Das Problem ist, die Penner droppen mir da runter. Von unten hoch zu schießen ist nicht sonderlich produktiv. Na ja. Manchmal schon. Ja. Aha. Ich glaube, du hast uns sowieso keinen anderen Move. Hat leider nicht gereicht. Habe ich mir das lieber anders gemacht. Da ist keiner. Da ist auch keiner. Wo ist eigentlich, wo ist unser Zeug? Wo ist unser, wo ist unser, wo ist unser, wo ist unser Material? Wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Also wenn wir keine Munition mehr haben, dann ist es... Ende im Gelände. Eins. Zwei. Okay, geh mal auf den da. So. Das geht jetzt nicht. Na, du bist wahrscheinlich tot, außer er blutet aus. Also wir haben saumäßig Glück und er blutet aus. Gleich können wir den da heilen. Und dann in Ketten legen. Wir brauchen noch hier irgendwie ein... Wobei... Wenn ich da jetzt hingehe, dann werde ich da weggeschossen. Ich springe von hier runter. Gehen wir hier hin? Nein, wir gehen... Scheiße. Verahmte Tür ist im Weg. Da stehen wir direkt unten dran. Unschön. Die Map ist nicht so groß. Aber es sind unglaublich viele Gegner am Start. Wo zur Hölle ist unser Zeug? Oh. Ganz oben wäre ein Extraction Point. Okay, das ist super zu wissen. Wie kommt man da hin? Durch die Treppe? Und wie kommt man hier hoch? Das ist auch ein Extraction Point. Huh. Über die Treppe eins weiter und dann... Keine Ahnung, wie es weiter geht. Okay. Das ist aber gut zu wissen. Es sind definitiv zu viele oben. Du kannst noch was tun. Schau in die Richtung. Falls hier einer rauskommt oder einer runterspringt, hast du ihn hoffentlich. Der Rest bleibt so. So. Viele Strohhüte. Ach. Boah. Zum Glück treffen sie nicht so gut. Okay, es ist keiner verletzt worden. Der ist gestorben. Ausgeblutet. Haben wir den Kollegen hier. Nice. Bei den Rollen fackeln wir nicht lange. Okay. Gut. Done. Ich würde ganz gerne dich irgendwie wegziehen. Du bist da super exponiert. Wo ist unsere Munition? Okay. Der ist am gefährlichsten. Der hat eine Schottkorn. Der interessiert mich eigentlich nicht. Aha. Ah. Natürlich nicht. Okay. Das war ein Treffer. Du Reaktion feierst. Du Reaktion feierst. Das war leider zu befürchten gewesen. Fünf Schuss. Und die Knappe ist leer. Okay, aber hier müsste zumindest irgendwo noch so ein Sniper-Ding rumliegen. Das ist halt auch ein bisschen gefährlich hier einfach da stehen zu bleiben. Das ist halt auch ein bisschen gefährlich hier einfach da stehen zu bleiben. Okay. Okay. Der hat nur eine Shotgun. Das ist in Ordnung. Müsste zumindest. Ähm. Ja, da dürfte wahrscheinlich keiner kommen, aber das müsste ein Reaktion-Feier werden. Du kannst auch Reaktion feiern. Du kannst auch Reaktion feiern. Das ist auch noch ein bisschen was. Das ist auch noch ein bisschen was. Das ist auch noch ein bisschen was. Darf nicht wahr sein. Okay. Gehen wir mal ins weiter hoch. Hahaha. Gemüsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ach, schieß doch nicht auf den. Das ist einfach nur Munitionsverschwendung, was der da macht. Sieht er uns nicht, oder was ist los? Okay. Das wäre mal erledigt. Dann. Kommst du irgendwie... Hier nach unten, bitte. Dann sind wir da erstmal safe. Okay. Ich denke, der hier ist der gefährlichste. Nice. Der blutet... Machen wir den weg. Okay. Es lichtet sich langsam. Was ist das eigentlich für eine Waffe? 26. 20. Okay. Das ist nicht... Superbraule. Superbraule. Hier. Wer hat eigentlich den Bewegungsbekenner? Du. Der wäre auch weg. Der einzige, den wir jetzt noch sehen, ist der. Die obere Elfte ist clear. Hier. Extraction Point ist... Okay. Wenigstens haben wir jetzt hier drei Leute da. Guck mal. Gucken wir, was passiert. Gucken wir, was passiert. Ja. Guck mal. Ja. Guck mal. noch unsichtbarer haben das ist wir werden checken bei 3 1 bei 6 1 1 2 hier ist einer oder hier bei 6 1 4 5 6 hier oder hier okay das ist gut zu wissen du lädst mal nach das ist ein letzter schuss müssen den zweiten stock saubern warum konntest du hier nicht lang gehen weiß man nicht okay wie schaut es hier aus nada sonst noch einer bewegung scanner es sieht nicht danach aus vielleicht der kollege der hier liegt wäre möglich aha gut ich hätte nicht gedacht dass du das hinkriegst ehrlich gesagt aber das war gut wir haben relativ viele sniper was jetzt eher etwas ungünstig ist du hast auch nicht mehr wirklich viel hp ich denke wir bringen dich noch hier mit hoch und geben den zug ab müsste gut was an loot geben wenn wir die mission erfolgreich schaffen ich habe ein bisschen die sorge dass uns die munition ausgeht also wir wissen dass hier noch 23 sind das heißt wir lassen euch beide hier da was siehst du 4 1 und 4 2 und 4 4 4 4 1 2 3 4 1 4 4 4 hier und das war unser kollege der 4 4 Ich weiß nicht, ob sie da sind. Oh. What? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass die von da rauskommt. War die die ganze Zeit hier drin, oder ist hier eine Treppe? Nichts. Du. Zieh einfach wieder mit nach oben. Irgendjemand sollte noch diese Türen im Auge behalten. Okay, ich denke, das passt einigermaßen. Ich weiß nicht, wie die hier hingekommen ist, aber... Sie ist weg. In meinem Ballsaal ist auch einer. Es sind sicher wieder um die 50 Gegner. Bei... Bei vier. Eins, zwei, drei, vier. Oder hier oben. Okay, da ist er nicht. Da ist er schon mal nicht. Das heißt, er müsste hier sein. Haben wir dich? Ach, nicht genug Energie. Okay. Ähm. Gesichert. Ach, das ist alles so eng hier. Es ist alles so eng. Ähm. Nichts. Nichts. Hm. Dann du. Ähm. Da reinschauen. Ähm. Nichts. Nichts. Ähm. Die Frage, bringen wir dich weiter nach oben? Denk mal ja. Okay, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wir wissen, dass hier oben nochmal ein paar waren. Gut. Nice. Das sind immer noch einige. Ähm. Okay. Für alle erst mal. Na also, geht doch. Done. War da nicht einer? Oder war das Reaction Fire von ihm? Nein. Keine Ahnung. Weiß nichts. Oh. Das ist alles so klaustrophobisch hier. Ich mache die Türen jeweils wieder zu. Das heißt, hier haben wir jetzt auch eine Sicht. So weit, so gut. Ich weiß nicht genau, was ich mit dir machen soll. Ich denke mal, du kommst hier. Okay. Warum seid ihr denn nicht? Okay, ich meine, wenn ich hier rauskomme, dann gibt es Reaction Fire. Das ist okay. Wo war denn der schon wieder? What? Warum habt ihr nicht... Okay, wer hat den da getroffen? Das war irgendein Assassine, der hier reingekommen ist. Bei 5, 6 ist einer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da. 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 Das ist mir schleierhaft, warum der nicht Reaction Fire hat. Da war doch noch ein Zweiter. Wo ist denn der hinten? Warum können wir hier nicht lang rennen? Ah, das steht hier am Geländer. Der Penner. Ich weiß jetzt auch nicht, wie wir den am besten wegkriegen. Ich denke mal, du musst hier weg. Aha. Habe ich dich. Oben war noch einer. Steckte Bewegung dauert immer noch relativ lange. Gut, ähm, ich denke, wir müssen noch mal einen Break machen hier. Weil die Episode ist schon wieder super lange. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.